Moin Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Kanal mit eurem Brocken, meine gelinten Community. In der letzten Zeit wurde ich immer wieder in den Streams gefragt, hey Brocken, wie kann ich nun effektiv meine Ruhmstufen in WUW erhöhen? Und das möchte ich euch heute hier beantworten. Gebe nun davon aus, ihr seid vielleicht gerade auf einem Twink. Dieser hat jetzt nun die Ruhmstufe 0 und ihr geht aber dann oben nach Oribus erstmal natürlich zum Flugmeister. Rechts daneben ist nämlich ein Händler. Dort könnt ihr nämlich die Ruhmstufe auf 40 erwerben. Nun fragt ihr euch natürlich, wie kann ich die letzten 40 Ruhmstufen effizient pushen? Ja, da gibt es viele Methoden. Die erste Methode wird wahrscheinlich für die meisten sehr unbeliebt sein, aber sie ist auf jeden Fall trotzdem noch effizient, weil sie eine passive Sache nämlich mitbringt und zwar Torgas. Torgas gibt zwar nicht so viele Ruhmstufen wie andere Methoden, aber ihr könnt dabei nebenbei Seelenasche und Seelenglut farmen. Denn wenn wir gerade auch so ein bisschen in die Zukunft blicken mit 9.2, können wir zwei legendäre Items tragen. Das heißt, wir brauchen dementsprechend natürlich genug Seelenglut und Seelenasche, um natürlich auch zwei legendäre Items zu craften. Also wenn ihr eh gerade dabei seid, die Legendaries auch craften zu wollen, könntet ihr parallel hier einfach Torgas laufen und nehmt ein bisschen Ruhmstufe auf jeden Fall mit. Die nächste Methode, die ihr machen könnt, ist ganz klar so simpel wie einfach. Einfach die Packkampagne spielen. Über die Packkampagne bekommt ihr mittlerweile auch sehr viele Ruhmstufen. Ist zwar nicht sehr spannend unbedingt für die meisten Leute, weil ihr es schon durch habt, aber so könnt ihr auf jeden Fall auch eure Ruhmstufe pushen. Die nächste Methode, die viele zum Beispiel machen, ist, da ihr ja vielleicht gerade frisch 60 seid, vielleicht habt ihr auch schon mehr Gier ist. Ihr könnt mythisch in nichts laufen und zwar relativ im Low-Bereich. Einfach mythisch plus zwei, rein queuen und durchrennen. Das Ganze geht relativ flott vonstatten. Das könnt ihr zum Beispiel natürlich auch mit eurem Main machen. Wenn ihr gerade einen Packwechsel habt, einfach euch ein Zweier rein queuen und einfach durchrennen. Die andere Methode ist, ihr rennt einfach ganz normale Normal Instanzen. Da habt ihr ebenfalls auch die Möglichkeit bei jedem Boss die Chance, dass ihr dort eine Ruhmstufe erhalten könnt. Er geht ebenfalls relativ flott. Ansonsten natürlich könntet ihr auch alternativ Arena spielen oder natürlich auch weitere PvP-Aktivitäten machen, um eure Ruhmstufe zu erhöhen. Ja, das war jetzt eigentlich so das große Grundkonzept, wie ihr die Ruhmstufen machen könnt. Aber jetzt gibt es eine Methode, die einfach im Thema Ruhmstufen pushen das absolute Nonplusultra ist. Und genau das könnt ihr nämlich bald wieder nutzen. Und zwar am 26. Januar habt ihr nämlich wieder die Möglichkeit, Ruhmstufen im Speedverfahren zu pushen. Und zwar ist dann nämlich die Kinderwoche. Das Ganze könnt ihr, wenn ihr dort im Kalender mal reinguckt, sehen. Und genau dann solltet ihr auf jeden Fall euren Ruhm pushen. Denn wenn ihr da richtig Lack habt, bekommt ihr alle 4 bis 5 Minuten Pi mal Daumen eine Ruhmstufe. Nebenbei relativ viel Ero und PvP-Abzeichen, mit denen wir euch unter anderem natürlich Transmog Gear kaufen könnt. Finde ich persönlich sehr praktisch. So habe ich das Ganze auch gemacht. Ich habe in einem Wochenende ganz gemütlich einfach am Abend ein paar Stunden alle Pakte fast auf Max-Level gemacht. Bis 78 könnt ihr da nämlich dann einfach euren Pakt hoch pushen. Wie das Ganze geht, ganz einfach. Ihr klickt dann dort einfach in dem Dungeon-Tool rein. Geht dann auf Spieler gegen Spieler und wählt dann dort k.i. in der Woche aus. Meldet euch dort an. Das Anmelden geht hier auch relativ flott. Dauert nicht lange. Ihr habt da im Schnitt so 2-3 Minuten Anmeldung. Kommt einfach rein, braucht 4 bis 5 Minuten und bekommt im Deutschen eine Ruhmstufe. Es kann hier und da natürlich auch mal sein, dass es einfach längerfristig keine Ruhmstufe gibt. Hatte ich auch mal, dass ich 4, 5, 6 Spiele gemacht habe und leider auch keine Ruhmstufe erhalten habe. Das ist meistens irgendwie so gefühlt nicht der Normalfall. Aber wie gesagt, kann halt passieren. Das solltet ihr auf jeden Fall mitnehmen. Da habt ihr eine Woche nun die Möglichkeit, wie gesagt, das Ganze dann ab dem 26. Januar morgens um 8, glaube ich, fängt es dann an, da richtig euch reinzuknien. Dort könnt ihr Twinks und Mains wirklich effektiv pushen. Ja, das waren soweit eigentlich alle Methoden, die ihr hier natürlich einfach aktiv nutzen könnt, um euren Ruhm dann zu pushen. Ja, habt ihr dann nun die Ruhmstufe 78 erreicht, geht das Ganze nämlich dann nur noch über sozusagen die Questreihen, die ihr im Pack bekommt. Einmal da, wo ihr 1000 Anima sammeln müsst, könnt ihr dann sozusagen euren Ruhm auf 79 und auf 80 mitbringen. Oder natürlich auch, wenn ihr dann unten die Aufgabe mit dem Kerkermeister macht, damit könnt ihr ebenfalls euren Ruhm dann von 78 bis auf 80 hochbringen. Ich hoffe, dieses Informationsvideo hat euch gefallen, hat euch ein bisschen weitergebracht, damit ihr nun wisst, wie ihr effektiv eure Ruhmstufe pushen könnt. Wenn ja, lasst mir doch gerne einen Daumen nach oben da, dann weiß ich das, denn Support ist kein Mord und jedes Däumchen ist ein Schäumchen. Und bringt diesen Kanal natürlich hier voran. Möchtet ihr rund um das Thema World of Warcraft immer auf dem Laufenden bleiben, dann könnt ihr hier oben rechts gerne auf kostenloser, freier Basis ein Abo dalassen. Dann werdet ihr diesbezüglich darüber immer informiert. Wenn ihr die Glöcke anmacht, geht das Ganze natürlich sogar noch schneller. Ansonsten möchtet ihr auch mal live irgendwie dabei sein, wie ich Keys mache oder eure Fragen eventuell beantworte, dann könnt ihr unten in der Videobeschreibung ganz gerne auf den Link zu meinem Twitch-Kanal klicken, denn da sind wir nun seit vier Monaten aktiv live und betreiben nun auch dort immer unseren Livestream-Content. Ja, ansonsten gibt es gar nicht mehr so viel zu sagen. Bleibt alle gesund, bleibt alle munter. Vielen, vielen lieben Dank für eure ganze Liebe und euren Support hier auf diesem Kanal und natürlich auch auf dem Twitch-Kanal. Ich bin nun raus, haut da rein, euer Brocken.